Hallo und herzlich willkommen. Für dieses Video solltest du bereits die Definitionen der absoluten und relativen Häufigkeit kennen, du solltest die Bestimmung relativer Anteile beherrschen und du solltest wissen, wie man die erste Pfadregel bei der Arbeit mit Baumdiagrammen anwendet. Unser Ziel für dieses Video wird sein, relative Häufigkeiten bzw. relative Anteile in einem Baumdiagramm mit Hilfe der ersten Pfadregel zu berechnen. Wir sind bei Teilaufgabe 4 auf Seite 2 des Arbeitsblattes. Die Frage lautet, welcher relative Anteil der Sommerferientage waren Regentage im Juli? Wir haben auch hier den Hinweis gegeben, dass wir das Beispiel auf zwei verschiedene Arten lösen können, einmal mit absoluten Häufigkeiten und einmal mit relativen Häufigkeiten unter ersten Pfadregel. Ich habe jetzt hier die Beschriftungen eingefügt, die wir bei der dritten Teilaufgabe bereits bestimmt haben und hier nochmal die Vierfeldetafel aus der zweiten Teilaufgabe, die du für die Bearbeitung brauchen wirst. Ich bitte dich wieder, das Video kurz zu pausieren und zunächst zu versuchen, das Beispiel selbstständig zu lösen. Die Auflösung machen wir wieder danach. Ich hoffe, du hast da deine Lösungen notiert. Hier sehen wir jetzt noch einmal das Baumdiagramm in der Mitte und wir wissen ja, es geht um einen relativen Anteil, also um eine relative Häufigkeit, deswegen habe ich hier nochmal die Formel dafür eingeblendet. Wir fangen mit der Arbeit mit den absoluten Häufigkeiten an. Wir brauchen für die absolute Häufigkeit jene der Regentage im Juli und für die Anzahl aller Werte die Anzahl der Sommerferientage insgesamt. Wir fangen einmal mit den Regentagen im Juli an. In der Vierfeldetafel sehen wir diese hier, das sind 16 Regentagen im Juli. Wenn wir ein Baumdiagramm nachschauen, dann finden wir diese in der zweiten Stufe und das Sommerferientage insgesamt finden wir in der Vierfeldetafel in der Zelle ganz rechts unten, das sind die 62 und im Baumdiagramm finden wir diese in der ersten Stufe hier im Nenner. Wenn wir das einsetzen, dann kommen wir auf den Bruch 16,62. Diesen können wir auch noch kürzen, indem wir die obere Zahl im Zähler und die untere Zahl im Nenner jeweils halbieren, dann kommen wir auf 8,31 als vollständig gekürzten Bruch. In eine Dezimalzahl umgewandelt ist das ungefähr 0,258 und als Prozentsatz 25,8%. Jetzt kommen wir zur Lösungsvariante mit den relativen Häufigkeiten und ich habe hier noch einmal die erste Pfadregel, die auch Multiplikationssatz genannt wird, eingeblendet. Diese sagt uns, die Wahrscheinlichkeit von einem Pfad ist gleich dem Produkt der Wahrscheinlichkeiten entlang des Pfades. Das heißt jetzt hier in unserem Fall, dass wir einfach nur die relativen Häufigkeiten entlang des Pfades für die Regentage im Juli miteinander multiplizieren müssen, um die relative Häufigkeit für diesen Pfad zu bekommen. Wir gehen erst einmal in der ersten Stufe hier den Ast bei der ersten Verzweigung entlang, 31,62 und multiplizieren das dann mit dem nächsten aus der zweiten Stufe, also mit 16,31. Hier sehen wir sehr schön, dass sich 31 einmal im Zähler und einmal im Nenner wegkürzt und dann bleiben wir uns auch hier 16,62. Und das Ganze gekürzt bzw. in Dezimalzahl und Prozentsatz umgewandelt, wird auf das gleiche hinauslaufen wie hier oben. Und damit sind wir fertig. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit.